Herzlich Willkommen zum Tipp der Woche. Unser Tipp für Sie in dieser Woche ist eine Short Empfehlung auf Ferrari. Der Luxusautobauer war in den vergangenen Monaten einer der Stars an der Börse, kannte eigentlich seit dem IPO nur den Weg nach oben. Wir sehen es hier über Monate, steigende Kurse. Doch mit dem Ausbruch des Coronavirus in Italien hat sich die Situation schlagartig verändert. Die Aktie ist zuletzt deutlich eingebrochen, notiert inzwischen auch deutlich unter der 200-Tage-Linie und das ist durchaus nachvollziehbar. Zum einen war Ferrari ein Luxusautobauer, der schon immer sehr hoch bewertet war. Das sind natürlich jetzt im schwierigen Marktumfeld auch die Aktien, die besonders unter Druck geraten. Zudem als italienischer Autobauer von der in besonders starken Auswirkungen in Italien stärker betroffen. Italien wurde jetzt komplett abgeriegelt. Das dürfte sich einerseits auf die Wirtschaftskraft in dem Land auswirken, andererseits sind auch Auswirkungen auf die Produktion und auch auf den Verkauf, auf den Vertrieb von Ferrari durchaus denkbar und deswegen gehen wir davon aus, dass es durchaus möglich ist, dass dieser drastische Abverkauf bis in den Bereich 121 Euro noch nicht das Ende der Fahnenstange sind, sondern dass es weitere Verluste geben könnte. Und darauf können Sie mit einem Turbo Bear setzen. Aktueller Kurs 5,01 Euro, ein Hebel von etwa 2,5 Euro und den Stoppkurs würde ich bei 4,10 Euro setzen. Dann noch ein Blick auf die Empfehlung der vergangenen Woche. Das war ein Discount-Call auf die Allianz. Doch man sieht es bereits am Chart, die Allianz weiter unter Druck geraten. Im schwachen Marktumfeld kam auch der Versicherer unter Druck. Gestern noch einmal der schwarze Montag, der einfach für einen breiten Ausverkauf gesorgt hat, auch vor Besonderheiten bei Einzelwerten keine Rücksicht genommen hat. Deswegen der Allianz-Schein deutlich unter Druck geraten. Wir sehen es, der Empfehlungskurs war noch 5,21 Euro. Inzwischen ist der Schein nur noch 2,97 Euro wert und damit auch deutlich unter den Stoppkurs bei 4,20 Euro gefallen. Vor einem Neueinstieg würde ich nun auch eine Beruhigung des Marktes abwarten, denn aktuell ist die Panik der Anleger nach wie vor spürbar. Ein Einstieg auf der vorerst noch nicht an.